Habt ihr schon mal gesehen, wie eine Fliege anal eingefangen wurde mit einem Penis? Also die wurde richtig aus, das habe ich schon nicht gesehen. Und der Typ hat sich echt gefreut. Yeah, got a trap in there. Also drin so. So, weißt du, darum geht es halt, weil ich stehe auf andere Dinge. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt in Hamburgs Schaus, 2013. Und damit herzlich willkommen zum Losterer-Feedback. Hi! Ihr seid wieder komplett, Alter. Wow! Fette Sache. So. Roman, erzähl dir was über seine OP. Ich hab das Ding gesucht. So, zeichne euch zu. Weihnachten hab ich das gekriegt. Von meiner Mama. Nikolaus. Nikolaus. So. Hat's in deinem Schuh, ja? Boah, ich sitz hier richtig gut. Nein, das ist mein Schuh. Ähm, hi! So. Ach ne, Fragen ist nicht. Ja, ich erzähl jetzt mal kurz, was mir die anderen fressen. Ich erzähle, ich bin um gerade was. Sind die Kommentare, ziehen wir nur Platz hier oben? Ja, ich verschieb das ganze Bild so, weißt du? Gute Wahl. Ich kann jetzt wieder atmen. Riechst du das, Robin? Ich riech tatsächlich. Riechst du was? Ne, das riech ich doch nicht. Ja, kann man nicht. Ja, gut. Gut, dass du mich präventiv vorhörst. Anna ist auch da, die isst wieder. Anna ist da, die isst wieder ganz niedlich irgendwie und so. Und die anderen Stricher sind auch da. Der Daniel ist wieder da. Der Kalle ist vor allem wieder da. Er hat sich hier ganz schön was stehen lassen. Vor allem. Der, 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 der. So, wisst ihr Bescheid, Leute. Ja. Und auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal bereit machen, am 10. Ob das Beste oder das Feedback, das ihr je gesehen habt. Mindestens. Am 10.1. voraussichtlich auf Sat.1. Das steht jetzt so relativ fest. Ich habe heute wieder eine Nachricht bekommen. Also, der 10. wird es wohl werden. Am 16. der Fuchs. Wie bitte? Am 16. der Fuchs. Der Fuchs. Kennt ihr vielleicht. Guter Mann. Gute Wahl. Ähm. 10.1. 20.15. Sat.1. Könnt ihr einschalten. So wie es aussieht. Muss auch per Anruf abgestimmt werden. Zu einem Drittel. Deswegen, wer da Bock hat, kann da reingucken und... Kann sein Geld da loswerden, ja. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn man da eine Flat hat? Kann man da nicht eigentlich... Das wäre ja... Das wäre ja... Das wäre ja... Ist das jetzt nicht schon wieder... Nein. Das ist nur Bildschirm. Chill. Du bist so nervös. Komm doch mal klar. Wir sind wieder bei Samen. Ach ja. Ja. Und das sind die Fragen hier, ja? Ja. Ich glaube, so weit getrennt sind wir noch nie von Robin. Nein. Das ist jetzt echt bei deinen Jungs wieder geil. Du riechst jetzt eh nach Schnitzeln. Äh... Du riechst eh nach Schnitzeln. Du riechst nach Schnitzeln. Guckt mal Leute, ich habe ein Loch in der Hose. Seht ihr meinen Penis? Ähm... Alex Wayne sagt nämlich, dass ich die Playstation jetzt hier mal ausmache. Zumindest die Fernseher. Ähm... Fake, die Millionärswahl hat schon stattgefunden und er sagt, ich gönne mir eine Schönheitsoperation von dem Gewinn. Ja. Kurze Geschichte dazu. Anna, willst du vielleicht mal erzählen von meiner OP? Weil da war ich ja leider nicht dabei. Da muss es wohl sehr lustig zugegangen sein. Ach so, ja. Also ich hatte drei sehr schöne Erfahrungen gemacht. Ich habe erst Blut gekotzt. Am nächsten Tag war dann... Doch am nächsten Tag war dann schon das Stöpselziehen. Also so lange Tampons hatte ich quasi links und rechts drin. Hat er mal gemacht? Ja. Gut abgelehnt. Nein, er hat gesagt, Schönheitschirurgie im Kripp raus. Ach so. Problem. Ja, verstanden nicht. So. Nach der Operation, so am nächsten Tag, haben wir diese Dinger rausgezogen. Eigentlich. Ich glaube, ich hätte richtig Angst gehabt und es hätte richtig weh getan, wenn ich gewusst hätte, dass die so lang sind. Aber ich musste diese Schüssel vor mir halten, ja. Und auf einmal zieht sie so und ich habe es halt nicht gerafft auf einmal. Und diese riesen Dinger vor mir. So Tampons. Naja, wie Tampons, nur halt echt so, so lang und so. Und so Maxi-Tampons. Das ist echt krass. Ich habe mich über echt gefragt, wie das in die Nase passt, beziehungsweise gepaust. Und? Das habe ich dann auch bei Facebook gepostet. Das erste Mal absaugen. Das war das widerlichste, was ich je erlebt habe. Ohne Übertreibung. Also wirklich. Da war halt der ganze Nasenschmodder noch da. Und das war ein bisschen. Also wer das noch nicht mitgekriegt hat, Polypenentfernungen und so. Raus operiert. Und dann sammelt sich der Nasenschmodder. Deswegen habe ich auch Blut gekotzt, weil der abgelaufen ist. So. Interessant. Ja. Und dann dieser ganze Nasenschmodder hat es gesammelt und das erste Mal absaugen. Das hat auch eine Ärztin gemacht, die nicht so sanft war. Hat es halt erst mal dieses, was es auch für Vaginas gibt, dieses Aufmachding. Dieses Spektakulum. Du kennst das ja. Das ist Spektakulum. Wir spielen damit immer. Spektakulum. Als es mir erst in die Nase macht, habe ich die rausgezogen und dann den Staubsauger direkt so richtig gewalttätig. In die Nase rein. So. Und dann halt. Es hat nicht weh getan, aber dieser Unterdruck im Gehirn so quasi. Also gefühlt. Ist richtig geil. Also. Kann ich sehr empfehlen. Aber ich kann wieder riechen. Könnt euch auch mal riechen. Ja. Und einer sagt, ich war sehr belustigend, als ich unter Narkose stand. Ja gut. Alter. Und ihr habt auch kein Video davon gemacht? Nein. Ich habe extra gefragt. Ich habe extra gefragt. Ich habe extra gefragt. Ich habe extra gefragt. Ich wollte es ja sogar noch machen. Aber ich habe es vergessen. Ich muss dann rum. Was hat der so erzählt? Er hat sie erst gar nicht gerafft, dass ich neben ihm herlaufe, als sie ihn aus dem Aufwachraum rausgeschoben haben. Es war so eine dicke, feste Schwester. Ich habe gar nichts gerafft. Und er hatte die Augen zu, hat aber permanent gelabert in diesem Bett. Und das fing an, dass es hier überhaupt nicht geht. Das ist totale Stromverschwendung. Überall ist das Licht an. Das ist viel zu hell. Und er wird auch gerne schlafen. Und gerade eben war es noch so dunkel. Und man muss das Licht hier ausschalten. Und dann hat auch die Schwester gesagt, wir brauchen das Licht schon, weil die Leute steuern uns selber im Krankenhaus. Aber das fand er überhaupt nicht so witzig. Und dann hat er gemerkt, dass das irgendwie die Frau in ein und her schiebt. Und hat dann die ganze Zeit Komplimente gemacht. Wie gut. Die Eleganz, die ihn da rummanövriert. Aber bestimmt ein bisschen zynisch. Und alles mit geschlossenen Augen. Und dann habe ich ihm halt seine Zimmertür aufgehoben, damit ich ihn reinschieben kann. Da hat er erst Kraft, dass ich da bin. Und es waren dann erstmal ein paar analoges Hymnen. Hey, das denkst du jetzt aus. Nein, das hat er wirklich die ganze Zeit. Ja, weißt du, wie toll ich bin. Und dann hat er sich zurückgelehnt und wollte zufrieden schlafen. Und hat sich dann komplett nach vorne und nur gekotzt. Aber ja, das mit dem Flutkotzen finde ich eigentlich am lustigsten. Ja, das war so Blut und Spucke. Und vor allem, ich gucke mir das eine halbe Stunde. Alle nach einer halben Stunde. Guck mich hier. Ja, und in dem Moment, wo er grad nicht geguckt hat. Beim ersten Mal kotzen war es halt wirklich so hoch. Alles gut, Jungs. Alles gut, alles gut. Er hat auch die Jungs in seinem Zimmer sehr lustig. Hat sich Spaß gemacht. Ja, und auf jeden Fall war ich sehr durch. Und in der Nacht bin ich jede Stunde gefühlt aufgewacht. Und in meiner Durchschnitt habe ich auch einmal ins Waschbecken. Rein gepisst. Ich vertiefe das nicht. Das kann man sonst zurückverfolgen. Alter, geschissen. Alter, geschissen. Alter, geschissen. Waschbecken ist ja auch ein normaler Abfluss. Das fühlt ja letztendlich zu eigenreich. Aber so eine Scheiße fließt da nicht so einfach vor. Das frage ich ja. Zum Glück hatte ich Dünnschiss. Achso, ne? Das ist normal Abfluss. Ey, dann hast du das echt. Dann hast du das gut gemacht. Echt, Robin? Danke. Danke. Ich bin froh, dass du deine Verlieben rauskriegst. Dass er wenigstens mal was geschissen kriegt. Achso, ne? Ne. Leberan schwachig, gell? Scheiße. War immer ganz schwach. So. Ja, um deine Frage zu beantworten. Ja, ne? Oh, diese neue Aufnahme ist echt ein bisschen unvorteilhaft. Jo, also soviel zur Nommarschfrage, was auch immer die Nommarschfrage ist. Seitdem ich selbstbewusster bin, bin ich auch glücklicher. Und trotzdem, wie Robby schon sagte, es stehen einem auch noch andere Probleme im Weg. Gummibarsch. Ne, Nommarschfrage war ja, ich bin so, ich bin, ich traue mich manche Sachen nicht zu machen. Und ich schränke mich voll ein. Damit auch lange diskutiert im letzten Feedback. Dass das nicht geht. Und dass man einfach so, hm, ist eigentlich egal. Wenn ich jemanden aufgrund der ersten Eindruck dich mag, dann brauchst du den nicht. Das war doch wieder mal Spargel. Ich erinnere mich da auch noch dran. Ja, Anna war auch da. Toll, Robin. Ich spiele hier gerade alles voll mit der Soße der CD-Player. Die Papiere hinten. Egal. Um die Brücken zu schlagen. Und? Hattet ihr viel Selbstbewusstsein in Amerika? Wo ihr ja wart? Ne, auch nicht. Gibt's vielleicht was zu berichten? Das ist nicht passiert. Ja. Also hier wird jetzt wahrscheinlich keine Amerika-Frage bei sein, deswegen. Toll. Ihr habt nicht an uns gedacht? Das ist einfach zu euch. Ah, sieh, Spaß. Ne, ich beantworte jetzt keine Frage. Gut. Aber ich kann ja die nächste vorlesen. Mach das. So. Und dafür noch die Vorschläge. Von Dertama98. Ab der Mitte hätte Robin doch am liebsten richtig losgelegt, ja? Was hast du denn ab der Mitte gemacht? Wiss ich nicht. Losgelegt? Ich weiß nicht. Losgelegt oder losgelegt? Ich weiß nicht. Losgelegt. Sieh am liebsten richtig losgelegt. Ja. Losgelegt. So. Von Cedric, Cool, Gold. Hallo Leute. Seid ihr eigentlich irgendwelche Fans von irgendwas? Zum Beispiel Sportverein oder sowas? Anti-Alles. Du bist Anti-Alles? Nein, das ist TR. Nee, du bist Für-Alles. Achso, Für-Alles wollte ich sagen. Aber Anti-Alles. 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 Das Tun ist Anti-Für. Stefan ist Anti-Für. Also könnt ihr euch dann einen aussuchen. Für das Tun. Für das Handeln. Also generell Fan von irgendeinem Sportverein glaube ich nicht. Aber eben einen Sportverein oder sowas. Also da kannst du ja alles. Ja. Also. Ja. Gut. Ich beantworte es eh nicht. Spasst. Man trugst du nicht. So. C-Ray. C-A. Kann irgendwer mal die Infos, die es über den Fernsehauftritt gibt, zusammenfassen. Hab keine Zeit mehr eine Stunde reinzuziehen. Okay. Ja. Ist ein hübscher. Na Sat. Sat. 1 am 10. Abend am 10. Januar. Ne. Hab ich schon gesagt. Das ist ja alles. Hast du die Einschaltquoten gemacht? Ja. Das ist tatsächlich bei dem zweiten größer gewesen. Krass. Auf Sat. 1. Auf Sat. 1. Ja. Okay. Aber du denkst es ja auch von uns gemacht. Aber egal. Ähm. Yo. Zusammengefasst. Gibt es eigentlich nichts zu sagen. Weil da also, was wir für eine krasse Filmshow machen, wird nicht verraten. Und das ist einfach noch nicht komplett. Ihr könnt in der Zeit und nach Artikeln über Robin lesen. Ne. Lass das mal. Wie mein Opa hat gezeigt. Und mein Vater auch. Das ist so scheiße. Ohne Scheiße. Das ist so dumm. Er hat es sogar extra ausgespielt. Hätt ich es nicht extra gesagt. Mein Vater kam doch auf der Rückfahrt von einem Kongo aus. Aus Kongo? Ich komme gerade aus dem Kongo. Und dann hat mein Vater auch gesagt. Ein Millionär ist ein Losster. Ich habe mein Ticket zuhause ausgeschnitten. Nein Opa hat ihn auch ausgeschnitten. Machst du den Sticker kaputt mit mir? Nein. Ich mach's nicht kaputt. Ich bin sehr herzlich zu ihm. So. Dann fragt Jack. Wie geht es euch? Wie geht es euch so nach Amerika? Wie vorher? Wie ist es euch in Amerika? Hallo. Hattest du nicht Geburtstag? Bist du jetzt nicht erst 21 und kannst offiziell trinken in Amerika? Geil. Geil. Ist heute dein Geburtstag in der Schütze oder was? Neuverhandel. Oh komm. Das ist ein Grund. Kommt. 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 Kommt alle in die Schütze. Ich schaff's bestimmt noch rechtzeitig hochzunehmen. Ich war die letzten zwei Wochen am Stück sehr viel fein an. Das ist okay. Aber die Schütze macht heute zu. Ne. Ich glaub es geht noch mal. Die sind macht heute auf. Sie macht heute auf um zuzunehmen. Nein. Ich hab echt überall Soße. Ach Anna. Wieso ist denn der Kassettenrekorder voller? Schnitzelsoße? Wunderbar zu suchen. Soll ich morgen auf Arbeit reinziehen? So ja. Und. Das ist kein Arbeitsschutz. Und ein Wort pro fragt, warum liegt da Stroh? Bei uns geht's übrigens gut. Ja. 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 Nee das wär's blöd. Ne lass bitte. Da war doch nicht die Tür auf. Ja, ich glaub bei mir war bei mir ging's so genauso. Aber danach. Bei dir ging's? Ja. Bei mir ging's. Bei mir ging's. Jedes weiter hatss jetzt. Okay. Wie ist das noch mal? Der eisst. Der kann nicht eisst. Hallo. Hallo. So. Jack fragt auch noch, kennt ihr des Schiefs? Des Schiefs? Nein. Dann wird es mal Zeit. Google es doch mal. Schade dass das solche eine Bewegung auch... Die Jive. Die Jive? Schive. Schive. Shive. Shift. 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 Schade, dass es solche eine Bewegung nicht auch hier in Deutschland gibt. Kenn das jemand? Keine Ahnung. Es klingt schon wieder nach so einer Propaganda Bewegung. Underground Propaganda. Ne. Die will ich ja nicht per se verteufeln. Also Bewegungen, wo es dann immer so eine klare Linie gibt oder so. Wo es heißt hier ihr müsst das und das machen. Das ist immer nicht so cool. Finde ich. Aber ich kenne es nicht deswegen. Ihr müsst gegen alles sein und müsst für die anderen Sachen dafür sein. Ihr seid gegen alles und für nichts. Kraft! So, Jack ist ein fleißiger Kommentierer. Der fragt doch noch. Ne, mach mal nicht, Spast. Mach mal nicht, Spast. Auch wenn es nur 30 Sekunden geht. Hallo, was bist du für ein Spast? Lest du einfach nach vorne. Nein, er will, dass wir auf seinem Kanal Videos angucken. Ein Video, was 30 Sekunden dauert. Wir klicken da jetzt mal nicht drauf. Schick es mal an den Kanal Nostra vor, dann kommt es dann pro Montag. Die ist dann pro Montag. Da nehmen wir es dann vielleicht. Weißt du, dass du sowas vermuchtest? Bis jetzt habe ich schon noch alles angeguckt, was mir an Spam geschickt wurde. Es ist verschrien in der YouTube-Community. Betteln und... So, Nomad, der Podcast war sehr enttäuschend. Ach, Jungs. Ne, komm mal weiter, das ist witzig. Anna will ihre Wohnung entmüllen. Ich habe die ganzen Anforderungen von wegen Gewinnspiel-Kommentaren alles schon wieder vergessen. Herr Odes... Alter, was ist denn das für ein Kommentar? Hallo, das ist Nomad. Hallo, das ist Nomad. Der will zu Premium-Abonnenten aufsteigen. Er ist schon Premium-Abonnenten. Er liebt zu dem, Alter. Stimmt. Alle Nostra Forts-Abonnenten sind Premium-Statien. Weil wer sich den Müll freiwillig gibt, der hat echt... Jetzt weiß ich mehr, wo ich war. Jetzt diesmal nochmal, bis zum Ende wird das wichtig. Ich habe die ganzen Anforderungen von den Gewinnspiel-Kommentaren alles schon wieder vergessen. Herr Odes hat das Stück Alufolie nicht mehr in seiner Schranktürt leben. Robin, der sonst immer so wegen der deutschen Sprache am rumkacken ist, hat gesagt, man fässt sich an den Kopf. Fallout ist Fallout. Haha. Ich hoffe, diesen Kommentar auf seinem Pfunzel-Handybildschirm nicht vorlesen können. Haha, Jokes on you. Ja, ich lese es nämlich vor. Und obwohl der Begriff Let's Play mehrere Male gefallen ist, habt ihr nicht einmal einen Gedanken... EINEN! ...Gedanken. Gesch... Wenn ich mal EINEN Gedanken... Geschweige denn... Geschweige denn... ...einen Satz an meine neue Leidenschaft verschwendet. Nochmal schon ein Display von... Also, ich gehe noch weiter. Ja, Schnauze. Unterprichst den Kommentar. Ja, ist ja, sorry. Ich bin auf jeden Fall sehr enttäuscht von euch. Ich werde jetzt deabonnieren und ein wenig Enya hören. Who can save the road? Geh mal, geh mal, reicht schließlich. Danke, scheiße. Scheiße, geh mal. Um die Trauer noch zu verstärken, werde ich an meinen Hamster denken, den ich nach einem Jahr leidenschaftlicher Liebe verloren habe, als ich acht war. Wahrscheinlich werdet ihr diesen Kommentar ignorieren, wie ihr es IMMER macht. Wenn jemand Kritik an euch äußert. Brrr, Spaß. Genau. Ja, das wird bestimmt... Wir müssten mal einen enormer Spaßchor machen. Ringe, Hitler. Ringe, Hitler? Ja, lass das mal ignorieren, bitte. So, der nächste. Ey, Apropos, von Menje in Sandman. Ey, Apropos, die Jugend. Ich habe da einen Cousin. Der bekommt richtig DICKE, also Dicke Geschenke. Und bedankt sich nicht mal ordentlich. Und ich schätze, in Ründers Jahren bringen die Jungen die Alten nicht mehr ins Altersheim, sondern direkt um. Ach komm, das sagt doch jede Generation, die Jugend von heute. Gell? So. Wir sollten die Jugend... Wir müssen... Wir sollten die Jugend abschaffen. Ja, bedankt euch mal bei euren Geschenken. Ich habe mich bedankt bei meinem Geschenken. Danke, Fernseher. Danke, Kaffee, Maschine. Danke, Clyde. Danke, Zobbu. Wie hieß das Zobbu? Zobbu? Oh, das ist süß. Ich hab dir keine Zobbeschenken. Danke, Playstation Plus, was Anna überhaupt nicht eigennützig gekauft hat für uns. Für dich. Nur für dich. Ja, ja. Und was ist das? Wer hat es noch getrunken, was ich bekommen habe? Ähm, Rammatotti. 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 Aber Oma muss dir noch erklären, wie man das trinkt. Oma schenkt mir das in den Worten. Ich erkläre dir noch, wie man das trinkt. Rammatotti. Aber das ist auch gleich für dein Geburtstag gut, gell? Ja, ja. Der ist ja jetzt 18 Jahre alt. Oma kommt nur aus der Zeit, wo es hieß Ex oder Jude. Alles klar. Die zeigt dir, wie man das trinkt. So, Jack. Jack fragt Herr Rodes hier. Herr Rodes, aufpassen. Ja, ich passe. Hey, Herr Rodes. Wie findest du das neue Zelda? Das ganz neue oder das... Ich hab geantwortet. Hast du darauf geantwortet? Hey, Herr Rodes. Wie findest du das neue Zelda? Na, das für Wii oder das... Das ganz neu für 3DS ist... Ich hab's im Krankenhaus gespielt, das ist es überhaupt nicht. Ich weiß. Hat bei mir nicht gezündet. Warum ist es denn nicht, wenn es nicht so... Nee, endlich mal wieder so ein 2D-iger Teil. Nee, das ist richtig gut und dann... Auf dem 3DS. Das 3DS ist ja auch. Das ist halt die Vogelperspektive. Das mach ich damit. Ach so. Und das ist echt klasse, weil... Vor allem dieses Feature an die Wand gehen, das nutzt du nicht nur manchmal und nicht nur in einem Dungeon. Das brauchst du andauernd. Und das ist richtig gut untergebracht. Manchmal denkst du... Ich mein, das ist Hauptfeature. In Wänden laufen. Und manchmal ist mir wirklich passiert, was mach ich jetzt? Ich kam nicht drauf. Und das die Lösung war, in Wänden laufen. Fantastisch, oder? Und jetzt möchte ich, dass jeder, der ein 3DS hat, sich das kauft. Product Placement. Hey, du bist wieder bei Nomash. Hat der noch so einen? Nein, da kommt erst mal das. Krass. Bei 10,16... Aber Louis ist nicht so cool. Den Kalender hat mein Bruder meiner Mutter geschenkt. Ja, das ist so ein Humor-Kalender. Mit der hier hängen. Oder? Meint er doch. Ach so. Der... Homo-Kalender... Ich hab mich zu euch geträumt. Ich war bei meinem Outfit für später. Tatsächlich. Ich hab einen Humor-Kalender von Anna bekommen, ist klar. Wir sind die Fans schon. Ja, immer gezeigt. Hava 4 aus Weimar. Hava 4 ist der aus Weimar? Ja. Der fragt, wie sieht's bei euch eigentlich mit Elder Scrolls Online aus? Online. Habt ihr die Vorgänger gespielt? Wenn ja, worauf freut ihr euch in dem neuen? Wenn nein, warum nicht? Thema Online. Bist du verwirrt? Anna, hast du die Vorgänger von Elder Scrolls Online zum Beispiel Skyrim gespielt? Vielleicht hab ich das gespielt. Ganz fort. Thema Online. Vielleicht willst du dazu hier einen Schwank aus deiner Jugend erzählen. Aus meiner Jugend nenne ich. Ich bin ein Mann der Taten. Ist der Worte. Gut. Und was ist jetzt? Also ich hab's noch nie gespielt. Skyrim gespielt. Skyrim gespielt. Ach, aber nur kurz. Aber ich weiß nicht, was ich von der Elder Scrolls Online halten soll, weil ich nicht weiß, wie das aufgebaut ist mit dem Online-Modus. Genau. Thema Online. Jetzt würd ich nochmal sagen, weil sich die Fans bei mir immer beschweren, weil ich keinen Camp-Sex mit dem machen möchte. Ich möchte mit euch Camp-Sex machen. Ich habe eine 16.000-Kilo-Mit-Leitung, bekomm aber nur 50. Ja. Dann hast du irgendwas falsch. Dann hast du irgendwas falsch. Wieso nicht? Ich sehe auch nicht, was da falsch ist, aber ich sehe da muss irgendwie was im Busch sein. Irgendwo im System ist da oben drin. Abbelkrebsch. 50 ist jetzt extrem. Manchmal habe ich auch 100 oder 200. Dann kannst du trotzdem die Nacktbilder rüberschicken. Ja, aber die ist kleine live. Ja, nicht live. Die machen wir mal alle live. Ja, dann macht das mit Robin. Ja, aber dann könntest du nicht schicken an die Fans. Mit Robin habe ich ja schon. So, wie Phantom Zero bereits sagte, cooles Desinteresse seitens Kalle. Mit dem Punkt, der bei den Leuten. Ja. Was? Oder geschmeidiges Desinteresse. Wo war jetzt? Da hast du ein langes Haar in deinem Bart rum. Oh. Bitte? Was ist das hier? Wo wird mir jetzt gerade Desinteresse gefunden? Nein, da warst du eigentlich noch nicht da. Da gab es gleich einen Kommentar. Ja, Kalle fehlt mir. Diese Portion geschmeidiges Desinteresse oder so. Wurde in der Handy am Spiel warst und dann mit dem Wilmermann gerät. Genau. Mit Borat. Nee, weißt du ja scheiße. Borat. Der Arte. Buki. So, Nomash. Nomash Jota. Seltsamerweise habe ich bisher auch in meinen Krimmen und meinem Glied gespürt, wenn ich den Namen Lotus Hans gelesen hätte. Ja, das ist merkwürdig. Außerdem hat mir die persönliche Begrüßung zum Start sehr geschmeichelt. Weshalb ich euch wohl auch nicht deabonnieren werde. Wir tun schon fast schon wieder. Nicht konsequent. Lass mal ignorieren. Und um doch noch etwas Sinnvolles geschrieben zu haben. Wie fandet ihr Breaking Bad? Und was fandet ihr daran so gut? Ich geguckt nach nächsten. Ja, ich weiß. Ich habe die erste Frage schon beantwortet. Aber ich denke, man kann sich das erlauben. Und wo wir gerade beim Thema Musik beim Kochen waren. Was haltet ihr eigentlich von Porno? Was? Das ist ja gut. Ich fand den Kamerastil von Breaking Bad eigentlich ziemlich gut. Ich habe erst schon eine der besten Folgen im Fernsehen gesehen auf RT Nitro. Das war die mit den zwei Mexikanern. Die versuchen... Du spoilest aber nicht, oder? Ja, ich spoilere ihn. Ich will ihn noch sehen. Die versuchen das mit der... Auf jeden Fall die richtig geile mit der fetten Axt und so. Ach, die versuchen einer Person Schaden zu fühlen. Ja, wo ganz am Ende die Axten wurden. Das war auf jeden Fall eine der besten Folgen. Und ich fand alles ziemlich cool. Ich fand den Kamerastil schon gut ohne die Story überhaupt zu kennen. Und dann kam ja auch die Story dazu, als er angefangen hat das zu gucken. Das war richtig gut auf jeden Fall. Alter, was ist in den letzten drei Monaten zu schlecht passiert? Der will auch noch. Der will auch noch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber du warst nicht mehr Puff. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nein, das war schon das zweite Mal. Ich weiß. Der erste war ja nicht schlimm. Der erste war schlimmer als der zweite. Echt? Ich räume sie ziemlich dumm aus. Wenn sie ganz kurz vor der Eichel ist ja schon langsamer wird. Ja. Und so nur kurz davor schlippt. Das ist schon schlimm. Ja, wir haben schon... Nein, du hast einfach meinen Redefluss unterhalten. Ja, du hast mich ja fast gespoilert. Ja, haben wir es dann. Ich habe jetzt bei interne Spreitigkeiten drückschieben, bitte. Hallo. Du hast sie gar nicht. Du hast sie bezahlt. Ich habe mir jetzt alle bezahlt. Ja, die Fanskriege ist doch alles bezahlt. Ja, die möchten das nicht. Die haben nie einen. Ich finde den Kamerastil toll. Die Story ist ganz okay. Das ist nur wegen der Kamerafahrten so. Es ist echt... Ich hatte das so vorher nicht gesehen und ich mag natürlich eher Brian Cranston unglaublich. Weil ich finde, er hat jetzt einfach extrem gehofft als Schauspieler. Und ich fand auch das, was sie aus Jesse Pinkman gemacht haben. Weil die wollten den ja eigentlich, habe ich gehört, in der ersten Staffel. Erstens schlippen lassen. Genau. Und das ist auf jeden Fall gut, was sie aus dem gemacht haben. Auf jeden Fall. Sehr witzig. Aber du findest es auch einfach gut, weil du bei diesen Kulissen warst, oder? Weil du live dabei warst. Ach so, ja. Ach so, das stimmt. Wir waren ja in Aberkirky und wir waren wirklich vor allem vor Jesses Haus, Walter White. Vor irgend so einem komischen Abholfriedrunken. Alter, das Abholding war nicht schlecht. Alter, und du wolltest nicht gespoilert werden, ne? Du hast mir doch da schon erzählt, dass sie abholten werden. Ja, wer solltest, dass sie abholten werden? Wir müssen da hin. Warum? Ja, nee, das war auf jeden Fall echt nicht geil bei dem Abholpunkt und so. Wir haben echt schöne Bilder gemacht. Ehm, yes sir. Mage and Sandman. Übrigens habe ich zu dem Video... Ach so, warte mal, nee, warte mal. Warte mal, warte mal ganz kurz hier. Was haltet ihr eigentlich von Pornos? Also die Frage war ja wohl so beformuliert. Wir müssen ja überhaupt beantworten. Ich hab den, ich war doch dann mit Breaking Bad fertig eigentlich, aber... Hab ich schon wieder davon gefunden. Hab ich gar nicht. Ich, 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 ich... Es ist normal, ich darf es mal wirklich überspringen. Okay. Also, ich empfehle euch mal efakt.com. Er fehlt er mir auch sehr oft. Wir haben's geguckt. Kennt man. Unglaublich gute Seite. Unglaublich gute Seite. Kennt man. Also, Kalle kennt übrigens alle Videos auf efakt. efukt.com. Es wurde zwischenzeitlich mal über zwei Drittel gelöscht. Aber er ist immer auf dem aktuellsten Stand, was das hier ist. Ey, da sind echt witzige Videos drauf, ohne Scheiß. Das werdet ihr selber sehen. Mit der Axt, den Kopf zerspalten und so und so? Nein. Ich hab das erklärt, das ist wie... Ne, warte mal. Was hast du gesagt? Irgendeine Seite, nur halt mit Nacktheit. Welche Seite war das? Chaotic? Keine Ahnung. Mental Zero? Nein, nicht diese abgefuckten Seiten, sondern normale, wo halt lustige Videos sind. YouTube. Hi Video! Keine Ahnung, ist ja auch egal. Also, uns auf unserem Kanal nur mit mehr Nacktheit quasi. Eigentlich mal mehr Nacktheit. Der ist einfach gut. E-Fakt ist einfach gut. E-Fakt ist wirklich witzig. So, Breaking Bad fand ich auch ganz gut. Aber ich bin mehr The Walking Dead Fan. Anna war auch schon sehr gehypt von der Spannung am Ende. Und lehnt sie grad ein bisschen aus dem Bild oder? Ne, geht schon. Ja. Oder Breaking Bad? Übelst. Jo. Ist aber nicht hängen geblieben. Ich fand's nicht so cool. Ich fand's öde. Was? Ich fand's ziemlich scheiße, dass da am Ende Bill gestorben ist. Bei was? Bei Breaking Bad? Na, er ist ein Bill. Ey, kannst du nicht mal mitspielen? Er ist ein Bill. Ich fand auch, die Beerdigung war echt eine Traum-Szene von Bill. Du hast bestimmt gar nicht geguckt. Hat er auch nicht. Ich hab die Szene mit Bill geguckt. Kannst ich mir ein Video gucken? Ich bin fertig. Ich hab jetzt meinen Zimmerwitz gemacht, der schlecht war. Ich bin durch. Ja. Ja. Ist so. Major Sandman. Übrigens hab ich zu dem Video Analyse einen Kommentar geschrieben, worauf die Kriminalpolizei bei mir zuhause war. Wenn das wahr ist, dann solltest du es auf jeden Fall noch mal vertiefen. Ich hab auch die letzten, äh, die letzten, äh, Dingens hier. Wie heißen die Teile? Äh. Dingens? Ich weiß. Äh, hier diese... Die Dinge. Ich komm gar nicht aufs Wort, Alter. Ist klar. Die Feedbacks. Du hast die Feedbacks nicht geguckt. Ich hab die da zum Feedbacks nicht geguckt. Ich hab keinen Anschluss. Das hier war zu lang und zu anstrengend halt. Wir haben lieber auf Ifact was geguckt. Ja. Ja, aber das wird sich wenigstens. Und chaotic. Du hast mir ja schon zwei, drei Videos geschickt, ja. Und bis auf das eine mit My Horse is Amazing, das hab ich dir glaub ich auch schon gesagt. Das hast du mir auch schon geschickt. Äh, das fand ich lustig. Aber auch nur weil ich das Lied lustig finde. Es geht halt auch nicht, es geht halt auch nicht um so viele lustige Sachen. Es geht halt auch um Sachen, die hat man noch nie gesehen. Habt ihr schon mal gesehen, wie eine Fliege anal eingefangen wurde mit nem Penis? Ja. Und der Typ hat sich echt gefreut. Yeah, got trapped in there. So. So. Weißt du, darum geht's halt. Weil ich steh... Ich steh... Du stehst auf andere Dinge, ja. Ich steh echt voll auf Sachen, die ich noch nie gesehen hab, so. So, wenn er anale Flieger fängt... Oh, scheiße. So, lass doch von den Menschen so. Der Horizont, ja. Der ist immer so groß, so. Bei mir ist der Jupps. Der schlägt S dann. Alter, nach oben ist Karlsruhe. Mein Horizont, der schlägt S dann. Den sieht man gar nicht, Daniel. Lüchst voll. Der ist so weit weg, den sieht man gar nicht. Ja, vielleicht ist er auch noch ein bisschen... Bisschen klein. Vielleicht ist er auch so zurückgebildet, dass er nur denkt, er schlägt viele S dann. Jedenfalls ist das eben das geil. Hab ich ihn frei, schreibt Jack. Okay, das kommt schon mega komisch. Bam, wenn da plötzlich sechs Kommis von dir selbst hintereinander stehen. Sorry dafür. Hat er erwartet, sie kommentieren mehr Leute? Ja. Wir sind nicht so fan, sorry, Digga. Anna Wirtz. Anna Wirtz. Ich hab mir das ganze Video angeschaut, ohne nebenbei was anderes zu machen. Werde ich jetzt für meine starken Nerven, meine Geduld und meine Zeitaufwand in dem Video erwähnt. Anna Wirtz. Du kriegst keine Erwähnung. Ich hab dich davon erklärt, Alter. Batin in der YouTube-Community ist total out. Aber dein Horizont wird kleiner. Der war total verschrieben. Der ist klein geworden, Stefan. Komm mal, der hier? Mach da mit dir was, was es noch nie gab mit diesem Kommentar. Komm, beleg dir das. Ja, wir löschen ihn live. Löschen ihn wahren los. Ach nee, scheiße, sind nicht angebildet. Ich lösche ihn nachträglich. The Micron item 7 Da kommen wir auch zu Amt schütze mit kalten Baust choren Alter, gerade aus der Dusche ins Bett ins Feedback Genau das Richtige um sich von dem Gedanken abzulenken das man morgen arbeiten muss yourself geschrieben es ist das schön, get einem nichts Herz auf wenn man in die Kommentare kommt Phantom Zero, hereure das schaut doch viel Nazi als Robin aus, also BITTE ja wir hatten lackerstes Feedback Was heißt Wart ihr Kalle? Wart ihr Kalle? Wart ihr Kalle? Wir sind keine. Hier steht Wart ihr Kalle. Oder habt ihr mich durch das Gute Frage hinter sich geführt? Achso, das ist echt eine gute Frage. Es ist wirklich eine gute Frage. Es ist wirklich eine gute Frage. Jetzt habe ich es. Es ist eine gute Frage. Das machen wir. Wir machen es wirklich. Warte mal kurz. Ey, warte mal draußen. Das Wetter. Das ist heute so wunderschön. Wunderwunderschönes Wetter. Ey, dein Horizont wird. Mein Horizont an dein Herz. Ist dir das jetzt peinlich? Extrem, Alter. Wunderigenehm. Das mit dem Verstellen klingt ja recht eingängig. Aber was, wenn man sich so oft verstellt, dass das normal ist? Oh, das ist echt gut. Ja, das macht man. Sich zu verstellen und man sich folglich verstellen muss, um wieder real zu sein. Ist man dann real oder verstellt, dass man sich den anderen gegenüber... Ist doch egal, mach was du willst. Nee, aber haben wir einmal gesagt, er soll sich verstellen? Oder wie kommt er da drauf? Naja, er ist verstellen wahrscheinlich. Na dann mach das doch nicht. Aber ist das dann real, wenn du es jetzt wieder zurück verstellt? Naja. Lass einfach mal komplett... Deine Stell... Nicht, nicht... Das, was du dann bist, ist nicht verstellt. Einfach mal locker. Deine Stellkraft. Das, was du dann bist, ist nicht verstellt. Genau, die Stellkraft. Komplett ausschalten. Gibt's das Stellwerk noch? Ne, passt gerade nicht. Ne, passt gerade nicht. Passt gerade nicht. Passt gerade nicht. Ja, doch. Aus... Und dann, was du dann hast, bist du. Das bist du. Unverstellt. Und jetzt siehst du dich mal wirklich? Ja. Dann geh mal endlich, bitte. Mach das mal. Wir gehen jetzt mal alle in uns. Ne, nur der... Sie schon nett. Du, du, der... Das wollen wir alle von Herrn Roden. Ja, ich bin jetzt übrigens modern. Wer fällt in Zeroes da durch, oder? Also, wenn man sich verstellt, und sich so oft verstellt, dass das wieder real zu sein scheint, dann ist das nicht so. Du bist verstellt. Ist ja auch logisch. Ja. So, mags von hinten. Hey. Herodes, wie findest du The Legend of Zelda? A League Between Worlds. Hatt ich gerade eben von der Tiers. Okay. Also, meines Erachtens. Hast du nicht zugehört? Ja. Erste Legend of Zelda gewesen, welches ich überhaupt als gut empfinde. Spaß. Gehört auf jeden Fall in die Top 5 für meinen Genesis-Drinking. Klicke ich in mein Internet. Gebacken. Hier wurde es. Ich will mal mit dir Camsex machen. Hatten wir auch schon auch schon. Zu Anna. Ich würde gerne die Fallout der siebten Generation lieben. Aber Fallout New Vegas hatte Bugs, die den Story-Fortschritt unspielbar machten. Und das bei jeweils drei Neuanfängen. Das Problem hatte ich nicht. Ich glaub das ist Philipp B-Punkt, deswegen guck ich gerade. Was war das? Philipp B-Punkt. Ach du bist ja... Ey, ohne Mist. Du hast ja auch noch irgendwie zwei andere gespielt, die scheiße sind. Hast du jetzt gerade irgendwelche Namen ran? Ja, aber... Ja, ich bin kein Meils. Außerdem bist du nicht scheiße. Wind Waker ist auch geil. Games Live Player. Fallout 3 hat mir einfach nicht im Farbaspekt gefallen. Deswegen hab ich das nicht so lange gespielt. Mist raus. Nee, ohne Mist. Zock mal auf dem Game Boy entweder Link's Awakening oder auf dem Game Boy Color die Oracle auf irgendwas rein. Zock mal, zock mal, Dragon's Dogma. So. Zock mal, Dragon's Dogma. Zock mal, Dragon's Dogma. Zock mal, Dragon's Dogma. Zock mal, Dragon's Dogma. Da ich jetzt so ein bisschen reflektieren konnte, muss ich echt sagen, The Last of Us und GTA V ist für mich echt so ein Stückchen hinter San Andreas. Wenn man nämlich echt... 2013. Wenn man so eine... Ja, ich meine nur. GTA V wäre mein Spiel des Jahres, wenn es besser als San Andreas wäre, weißt du. Aber so ist es The Last of Us. Du hast es mir irgendwie noch nicht gegeben. Ach so, weil es andere... Die fehlt der... Der Legaton, bitte. Der Hut. Das auch, aber alleine die Musik ist an San Andreas tausendmal besser. Also wenn du echt so eine Liste machst mit Pro, Contra... Die war auch viel, viel, viel... Abwechst das gleiche? Ne, auffälliger so, fand ich in GTA San Andreas. Die ist viel leiser. Die verschwindet mehr so in dem Hintergrund von den ganzen anderen... Das hab ich auch extra laut gemacht. ...Dingern, die du da hast. Von den ganzen Assoziationen, von den ganzen Einflüssen. Wer ist der Scheiß? Impressions-Eindrücke? Ja, genau. Das ist auch englisch. Ja, ne, also klar, GTA V übelst geil, hat keine Emission und so, aber... Das ist die beste Emission. Also wenn ich auf eine einsame Insel gehen müsste und mir ein Spiel aussuchen würde, würde ich lieber San Andreas nehmen. Schon alleine die Cheats sind auch cooler. Und drei Inseln. Ja. Und drei Inseln. Egal. Okay. Mein Spiel des Jahres sind wir nicht ganz durch. Mein Spiel des Jahres war Bioshock. Bioshock Infinite. Ja, tatsächlich. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Ich hab nicht so viel Neues gespielt. Ja, alte Sache auch. GTA V. Aber, äh... Da Last of Us hast du noch gar nicht durch. Vielleicht wäre das dein Spiel, oder? Na gut, du hast es nicht schlecht gespielt, also eher nicht. Ja, ich hatte noch nicht die Chance, da Last of Us zu spielen, aber deswegen ist es bei mir GTA V. Ja, ich like's dir mal, Daniel. Das ist sein Spiel? Ja, das weiß es. Achso, Fireshock, ja. Nee, warte, nee. Last of Us hab ich gesendet bekommen von einem coolen Typen. Geht mal auf drymania.de. Cooler Typ. Cooler Typ. Wir hatten nie was gesendet. Ich war mal auf deiner Seite, mir hast du nichts geschickt, du Assi. Schick mir auch mal was. Hey, ich wollte das nicht. Du hast aber manchmal noch drauf. So. Ja. Durch. Mit Klaugs. Okay, ich bin real. Immer total hibbelig und aufgedreht. Es ist schon um 10, ich muss dann auch langsam mal get aufgedreht werden. Get aufgedreht mix. Get aufgedreht mix. Willst du nachher dein Geburtstag? Ja. Wie lange machst du das? Willst du hier 25%? Hey, wollen wir Kalle nochmal das zum Geburtstag schenken, was wir ihm letztes Jahr schon geschenkt haben? Das war mega eklig. Mega eklig. Er war so glücklich darüber. Wir könnten diesmal alle zusammen machen, in eins. Nee, Kalle, aber jetzt ganz günsthaft. Ich bin jetzt mal im Team, ja. Weißt du, wenn man so überlegt, was kann man dem Kalle schenken? Ja. Also es gibt ja gar nichts Produktives, so. Und selbst wenn, du hast ja viel Geld und so. Nee, Kalle, du trägst das alles in dir, muss ich sagen. Ja, ich muss mal ganz kurz. Ja, nee, ich sag jedes Mal, ich hab immer schon alles. Ja, eh gut. Wir haben dich, also wir haben uns alles. Aber nur, wenn ich alles mit euch teile. Jetzt kommt mal her, 45%. Weißt du? Was schenkt man dem Kalle? Der ist, der ist wunschlos glücklich. Der hat so einen weiten Horizont. Endlich. Du kannst nichts schenken, was nicht schön an diesem Horizont angeeckt war. Vielleicht hat er seinen Horizont noch ein bisschen... Nee, wenn er sich nicht blüht, kriegt er dasselbe wie letztes Jahr. Das nimmt uns aber an. Doch, das kriegt man dann. Für mich gab es doch nur dieses Geheimnis nochmal hochhypen. Für mich gab es letztes Jahr billig, Alter. Für mich gab es letztes Jahr billige Frücher. Wie lange waren die Striche dann im Ausland? Können doch die Jungs und Mädels sich alleine lassen. Wie lange wart ihr denn? Wo wart ihr denn das passiert? Ich glaube 86 Tage. Zweieinhalb oder so, ja. Drei Monate bis. Top. Elite Army D. Spass. Immer wieder unterhaltsam eure Videos. Das ist so geil. Achtung mal drauf. Der Tiger hier. Die Patsche. Immer wieder unterhaltsam eure Videos. Das war so ziemlich der einzige Grund für mich neben Simons Cat mal auf Youtube Videos zu gucken. Guck doch mal solche Kommentare. Was ist Simons Cat? Ich glaube das sind die Leute, die einen Ad-Glocker nicht anhaben. Die nur selber auf Youtube sind. Achtung so ein großer Kommentar. Frauen sind während dem Mikrofon. Wenn man zu nah kommt, werden sie laut. Spidermike hat darauf geantwortet. Ich habe noch nie ein Mikrofon gesehen. Dass das laut wird, wenn ich mich nähere. Das musst du mir mal zeigen. Spidermike und Olaf. Olaf meine ich. Spidermike. Kennst dich schon alle mit RealName? Ja, der heißt ab sofort Olaf. Nein, der heißt nicht wirklich. Also doch, der heißt Olaf. So. Jetzt sind wir noch nicht weiter auf Deutsch. 250 Kommentare. Hi Robin, weißt du... Vielleicht late ihn doch mal. Ja. Ja, Technoboy. Ich translate ihn jetzt mal. Ich translate ihn jetzt mal. Ist er jetzt schon translated oder? Ne, er wird. Oh, ist grau. Ich hab da arbeiten. Ich translate ihn einfach. Hi Robin, do you know, on which day you're going to have your show on the millionaires show? Bumms. Haben wir schon gesehen. Ja. Zehnter, Junge. Zehnter. Freak and touch chicken man. Wie heißt er auch translating? Hey, kannst du jeden translateen? Oder gibt's der eine? Mach. Ja, wir haben schon mehrere Nostanafurtz-Härtetests gemacht. Also... Anna, jetzt wird doch mal ein Thema. Ja, Entschuldigung. Ich hab's übersetzt. Ja, ich hab's gefallen. Können wir mal alle zusammen, Anna eingeschlossen in den Boxen gehen und dann halt euch turniermäßig dann halt boxen, das wäre echt nice. Ja. Yeah. Anna im Bikini auf High Heels. Ja. Ey, Robin in Kampf gewinnt, das wissen wir ja schon. Nee, jetzt wissen wir nicht. Das war ja Ringen, ja? Ja, Ringen. So, ich wollte nur mal kurz sagen, hab ich nämlich heute erst eine angeschrieben. Er hat nur 50 Abonnenten so, aber seine Idee war gar nicht so schlecht. Er wollte nämlich YouTuber in so einem Spiel, irgendein Wrestling-Spiel nachbilden und die dann per Computer gegeneinander kämpfen lassen und so den Besten im Turnier ermitteln. Die sind alle gleich stark oder was? Ist jetzt nicht so krass, aber kenn ich halt so noch nicht. Die sind alle gleich stark oder? Find's an sich nur lustig. Welche Chance zu gewinnen? So nicht in Real Life. Richtig. Max Down 2 2 1 0. Ein rotes Katze ist sowohl oben als auch unten zur selben Zeit. Zwei Katzen. Mann. Was ist euer jeweiliger Lieblingsfilm und warum? Meiner ist Moon. Seht ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Außer ihr wollt nicht, dann lasst es einfach. Ich will hier niemanden zu etwas zwingen. So muss man auf YouTube heutezeit sein. Ich freue mich schon, den süßen Robin im Fernsehen zu sehen. Nicht nur den. Du. Äh. Penis. Dazu würde ich sagen, der Typ hat mich privat angeschrieben und meinte, dass mit der Katze ist ein übelster Physikerwitz. Und du vertreibst den hoffentlich. Spaß. Hast du anscheinend nicht, weil du total ungebildet bist. Nö, mein Mathelehrer macht solche Witze, nicht privat auf Schüler. Physik hab ich gesagt. Das ist bei mir derselbe, sorry. Nicht nur Mathe und Physik kann man unterscheiden. Und dann, ich hab grad eben erklärt. Aber warum das nicht, Alter? Nee, los. Tanzt deinen Namen und dann... Endlich lustig. Ja, aber hat das sogar... Hast du den Physikerwitz verstanden? Bei ProSieben hat er's gemacht, Mann. Was hat ProSieben gemacht? Deinen Namen getanzt, Mann. Ich mein, den von Sophia und Dimitra Uli. Egal. Ja, aber hast du den Physikerwitz jetzt verstanden? Nein. Das ist auch so'n... Wulsches Gesetz. Save dich for the win. Nein, Mann. Nö, doch, Mann. Staynable. Ich fand die letzten vier Staffeln von Dexter so unfassbar schlecht. Und Anna, was halten wir denn von Fallout 1 und 2? Nüch, das ist total böder. Das ist aber jetzt bestimmt nicht erwartet. Nüch. Ich hab ihn beides mal reingeguckt, aber das ist total öde, weil man vorhin auch drei gespielt hat und muss dann da so, bin ich scheiße machen und uralt und nee, ich gebe Bock. Aber ich hab's zumindest zu Hause. Ich muss dazu sagen, dass die Grafik halbwegs zeitlos ist. Das hätt ich nicht gedacht. Aber sonst tanzig auch nicht. Zeitlos ist die Zeit scheiße. Also mach ich. Die Grafik. Die Grafik. Ja, komm. So. Milena, vollen Hals. Frage an alle. Also du fährst auf einer Straße mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Rechts von dir ist ein Feuerwehrwagen, links... Kennt der Feuerwehrwagen noch nicht? Nicht einfach. Du musst bestimmt ganz, ganz laut lachen. Also, du fährst auf einer Straße mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Rechts von dir ist ein Feuerwehrwagen, links von dir ein Abgrund, vor dir ein Schwein und du wirst verfolgt von einem Hubschrauber. Die Situation für dich ist sehr bedrohlich und du willst auf jeden Fall da raus. Was tust du? Nichts tun geht nicht. Nichts tun geht nicht. So. Ohne. Das ist... Warum warum gucken, ob ihm so geht nicht? Nein, es gibt diese Spannung, weil gleich kommt die Porntone und es ist so mega lustig. Den haben wir uns in der 5. Klasse erzählt deswegen. Ach so. Jetzt? Du bist trotzdem toll. Ja, du bist trotzdem toll, aber ich kenne den Heizschwein. Was ist denn jetzt witzig? Ich habe mich übrigens stolz. Ey, du hast es aber auch schon so. Es ist auf jeden Fall sehr witzig. Also, du wirst ja schon davon vorhin gelaufen. Das ist nicht witzig. Ich muss voll lachen. Das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig zu scheinen. Das ist nicht witzig zu scheinen. Das ist nicht witzig zu scheinen, seid so. Ja, das heißt dann, steig vor dem Kinderkarussel ab und trink weniger Glühwein. Kannst du meinen Freund auch mal schlagen? Nö. Siehste, sie hat es einfach übergegangen. Das war voll nicht witzig. Ach so. Entschuldigung. Das ist nicht witzig. Kameratügel. Hat einer von euch Attack on Titan gesehen? Ich fand es beim ersten Mal auch lustig. Wenn dich in die Ecke schämen und nachholen. Attack on? Titan. Schämt euch in die Ecke. Kennst du sie? Ich habe jetzt Lost durch. Das ist das nächste. Das ist eine Serie. Das ist eine Serie, die gibt es aber bis jetzt nur auf Japanisch mit Untertiteln. Und Lost habe ich jetzt durch und Attack on Titan ist das nächste. Die ist erst im September rausgekommen, wurde übelst gehypt und hat nur 24 Stunden. Deswegen kann man die sehr schnell gucken. Und was werde ich als nächstes tun? So. Wuuuuh. Na, ich bin in die Schule jetzt. Block. Auf jeden, Alter. Viertal der Meter. Mal nicht zum Dönerladen. Das muss aber echt blutdürftig sein. Ja, wir haben uns zum Notbeauftragten. Ich fand es wirklich unerläutig. Ich finde es nicht so einen schönen Sitzplatz da, oder? Nee, aber muss nicht. Guck mal. Hast du Vertrauen? Gib mir mal einen Finger. So. Nee, ach man, Kalla hat keinen Fall. Lass mal weiter. Spidermike. Spidermike. Spidermike fordert drei Kommentar, liebe Ander. Ja, Spidermike, du hast jemanden, du brauchst nicht vorlesen. Reingehitler. Wenn ihr euch den Gewinner durchlesen wollt, geht zu Spidermike. Des Weiteren meinte Mäsche Zandmann, deswegen meinte ich nicht, dass ich so cool bin wie ihr. Aber ich wollte damit sagen, dass ich auch so real wie die Zahnfee bin. Na ja, Robin, alles Gute für deine Operation. Hoffentlich siehst du dich danach nicht verschwunden. Ja, hab ich nicht. Finde ich gut. Es war nämlich die Gefahr, dass die mir das entrascht. Hast du mir erzählt? Ja, aber den Bein vielleicht nicht. Interessiert's immer. Nee, wird sich vielleicht um ein Schicksal. Das tut es nicht. Als ich Daniel hier nach drei Monaten wieder gesehen habe, war er so lieb zu mir. Aber jetzt, wo die Kamera an ist, blänt er mich die ganze Zeit. Weil's ein peinliches. Ich hab ein Verhältnis mit ihm und nicht mit dir. Wir haben alle ein Verhältnis. Merkst du's noch? Merkst du's selber, ja? Die kann man nirgends hingehen, Alter. Nirgends. Mama schreibt, kennt ihr Hirsebrall? Was geht ab? Als könnte der Katalog lesen. Wir sind gerade den Hirsebrall genannt. Nein, aber... Doch! Weil Hirsebrall bei uns so'n großes Thema ist. Der hat neulich seinen YouTube-Kanal den Löffel abgeben lassen. Ey, was? Das hat mich noch mehr enttäuscht, als das Ende von Hirudestore. Was bist du denn nun, Alter? Hast du das gehört? Das hat mich noch mehr enttäuscht, als das Ende von Hirudestore. Was, was, was? Das ist nicht das Ende. Da fällt mir gerade ein, den Löffel abgeben kann durchaus auch etwas Positives sein. Zum Beispiel bei Fixern. Der ist aus einem Check-it-Cloud. Ich dachte, das wird Hirsebrall mal in Ernst. Im Waldorf-Kindergarten habe ich sehr gerne Hirsebrall gegessen mit sehr viel Marmelade. Wer behauptet, dass der Hotestalk zu Ende ist? Hat keiner behauptet sein, der hat Spaß geschrieben. Der hat Spaß drauf, der weiß, was Sarkasmus ist. Der hat Spaß drauf, der weiß, was Sarkasmus ist. Genau, jetzt noch mal. So, Hada 4. Wenn ihr den Körper mit einem aus der Nostera-Fug-Crew tauschen müsstet... Wer wüsstet? Wüsstet, ja. Wie warst du eigentlich? Also alle, die nicht Kalle sind, würden Kalle sagen. Nein, gar nicht. Natürlich. Als vorhin, als ich das vorgelesen habe, habe ich sofort Anna angeguckt. Keiner will mal ein Mädchen sein und Mummi haben. Ja, ich will auch mal ein Mädchen sein auf jeden Fall. Ich will nicht deinen Mummi haben. Ich verfiete euch, meine Freundin zu sein und an euch rumzuspielen. Wie gesagt, wir brauchen dich nicht verbieten. Was? Wie brauchst du es nicht verbieten? Ja, ich hoffe, dass du das nicht vorhaben würdest. Naja. So. Toll, jetzt ist es zwischen uns so eine unangenehme Spannung. Ich wäre gerne Kalle. Mal für einen Tag. Das wäre, glaube ich, mal ganz witzig. Da juckt es dich überall. Naja. Aber mit so einem Horizont? Das stimmt. Stimmt, ey. Dann gehst du ja auch richtig rein. Ja, erstens 2022 können dann die ganzen Bitches. Das stimmt. Da wird sich dann mal den ganzen Abend eine Wabe klauen. Mit meinem Mieter zu lassen. Wo bist du dann eigentlich, wenn du aus deinem Körper rausfährst? Naja, genau. Das heißt ja nicht, oder heißt das tauschen? Ne, das ist egal. Weil wenn du mit ihm tauschst, ist er automatisch auch in dir. Alter, ich ruhe dann richtig rum. Das kannst du aber gar nicht. Ich ruhe dann aber richtig rum. Alter, wie soll ich das Robin erklären? Aber richtig, Alter. Na auf, ich schlafe lieber in den Samen. Das heißt, wenn ich fremdgehe, sage ich dann du Robin, tut mir leid. Kalle war mein Kopf auf. Kalle war. Wann kommt ihr endlich in die Schweiz? Wayne. Wayne sage ich. Ja, aber wenn die Schweiz sich endlich mal einen Krieg einmischt. Okay, dann kommen wir hier irgendwie. Tim0711. Ich schaue das Video 1 Stunde, 10 Minuten an und dann merke ich, dass meine Frage gar nicht dabei war. Fuck you. Du hast das Nosterra vergessen. Bro. Bra. Verstehe ich nicht, aber yo. Fuck you. Na, seine Frage war nicht dabei. So. Fuck you, man. Fick dich. Ist das glaube ich so. Mhm. NosterrafenTV fragt. Anna meint das... Anna meint das Tod ist Sirius mit dem Geschenkpaket und freut sich Ost... Ost... Das ist von Robert Heller. Ostromtal, Alter. Ach, Ostromtal. Echt? Da steht Ostromtal. Ach so, das hab ich im Funkhaus mit Autokorrektur geschrieben, Alter. Geschenkpaket in... Freut sich Ostromtal auf eure Kommentare. So hoch sind die Chancen bei dem Gewinnspiel selten. Pünäß. Pünäß, Alter. Darauf die Antwort von Jack. Tü-tön. Für Aischen International Affairs. Also Spider Mike hat das gewonnen mit seinem... Danke, Carlos. Spider Mike hat den tollsten Fallout 3 Kommentar geschrieben und deswegen hat er gewonnen und kriegt ne Kiste von Anna mit... Mit scheiße Zeug drinne. Und das nächste Mal auch bitte ein bisschen emotionaler. Das war ja ein toller Text. Boah ey, da können wir gleich passend JDM's Kommentar vorlesen. Jaaa, Alter. Du hast gewonnen. Du bist so... Bist du Forscraft? Jaaaa. Inflable... Oh no marsch. Du musst es lesen. Oh no marsch. Nein. Oh no marsch. 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 Ach so, scheiße. Oh no marsch. Oh no marsch. Genau so wie das. Jetzt haben sich zwei gefunden. Waren denn noch andere englische Kommentare? Nee. Dann wären wir jetzt. Wann dann machen wir noch den... Ja, mach letztens noch die englische Fragen, oder? Die war letztens noch nicht beantwortet, oder? Die war letztens noch nicht beantwortet, oder? Nee, Alter. Das sind... Hi guys, have you ever been to Hungary? Sintil. Hi guys, have you ever been to Hungary? Ich gehe nicht mit euch in den Schütze, aber... Wie war angest du mit uns? Hi guys, have you ever been to Hungary? Or are you planning to come to Hungary? Wo was man? No. No. Yes. Purutya. I've been there and I almost drank in the Balaton. I don't know if it's Balaton in the English language. Purutya. What does Purutya mean exactly? Purutya. Purutya. Try to describe it. Purutya. 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 Und weiter geht's. Waren das anfangen, oder? Ja, fresh. Ah, cool. Ja, ansonsten, gell? War schön mit euch. Oh, richtig fresh. Richtig. Richtig. Oh, das war so schön gewesen. Die Englischen werden gerade kurz in den Popo gerapt. In den Popo gerapt. Weil die jetzt irgendwie voll kurz kommen. You English guys, you are coming very short. Sorry for that. I'm on your side. Ja. Vorwais, look on. Ja. Gut, war schön mit euch. Wir müssen noch ein bisschen hier alles Party machen. What do you do? Nur weil du kein internetfähiges Handy hast? Ist. Hast du sotyard mit euch? Untertitelung des ZDF für funk, 2017